Und vorweg eine ganz kleine kurze Info, wir sind natürlich noch da, wir sind nicht ausgestorben, äh, nähere Infos dazu, äh, in einem anderen Infovideo. Hier haben wir auf jeden Fall, äh, einmal wieder, die letzte Woche einen Zwischenplan von Megaworgir. Ich hoffe, das gefällt euch, es kommt jetzt wieder jede Woche, weil wir richtig aktiv mittlerweile dran bauen, auch in der kleinen Gruppe, das heißt nicht mehr nur René und ich, sondern auch andere noch dazu. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Video. Bis dann. Ja, und ich hoffe, euch. Bis dann.